einen wunderschönen guten morgen wobei guten morgen leicht geschönt ist das ist nach 1 ja wir waren ein bisschen fall wir waren 12 uhr waren wir im bett und haben noch irgendwie einen film geguckt gehabt und ja jetzt haben wir uns mal raus geschält und haben gesagt okay wir müssen ja mal was essen der hunger hat uns rausgetrieben sagen wir so sonst hätten wir wahrscheinlich noch länger gelegen wobei bei mir geht es noch mit hunger aber ich habe schon hunger du hast aber jetzt auch schon ein tost und ei gegessen ich habe trotzdem hunger es war ja nur eine kleinigkeit dauert ja jetzt auch noch ewig das dauert ewig weil ich mache gulasch heute mit assistenten anscheinend heute kochen wir nach seinem style ich mache nur die hibia beiden ja sie wird sich wahrscheinlich nachher wieder negativ darüber äußern aber das ist egal war das gulasch ist aufgesetzt das köchelt jetzt vor sich hin ja wir haben schon sehr viel geweint weil da sehr sehr viel reinkommen ja nach einem alten rezept von der oma von till also mir drehen mein auge immer noch es ist schon ganz bunt vom tränen und weinen fleisch zwiebeln etwa verhältnis eins zu eins aber ich lasse mich da mal voll überraschend es riecht auf jeden fall wirklich sehr lecker das schmeckt auch sehr lecker ich bin gespannt ob das gut ist jetzt haben wir noch ein bisschen zeit genau ja ich habe jetzt gerade mal geschaut wir haben gerade den vlog von einfach sunny gesehen gerade in dänemark hallo und wir wollen ja nächstes jahr mit den kindern auch nach dänemark richtig und jetzt und sind wir wieder total angefixt und genau jetzt habe ich mir mal die sommerferien nächstes jahr rausgesucht wo wir dann auch unseren urlaub gemeinsam haben in der zeit und wir gucken uns jetzt einfach mal ein paar häuser in dänemark an haben wir schon mal gemacht und stimmen uns schon mal ein bisschen ein man muss ja auch frühzeitig buchen um ein cooles haus zu kriegen das soll ja auch cool sein ja das kann man machen alles klar so ferienhaussuchen läuft noch aber ich weiß nicht sehr geil riecht schon voll gut und das vergleich auch sehr gut schmecken kartoffeln kochen noch und sobald die fertig sind essen wir bin ich immer sehr gespannt was die frau w aus es darüber sagt ich habe so schon ein bisschen die soße schon ganz fantastisch ich sag's euch danach weil ich möchte ganz in ruhe essen und das probieren ok teller sind leer ganz verputzt leer war wirklich sehr sehr lecker muss ich schon sagen es war ganz anders als wie ich es machen würde aber es war sehr sämig und sehr sehr lecker würzig ich bin auch total satt und völlig fertig nach dem besten jetzt weil ich mir viel zu viel gegessen habe das waren jetzt zwei riesen teller aber wir haben auch alles geschafft ist gut das ist nicht ganz nicht ganz leer aber viel kann das nicht mehr so ein portionchen vielleicht ja kann ja mal öfters machen hat er mir total verschwiegen dass er so super gulasch machen kann was verschweigst du mir noch was kannst du noch tolles kochen ja das magst du nicht kann ich auch sehr gut aber max chili ist so gar nicht mein fall da stehe ich überhaupt gar nicht drauf kannst mich nicht in dem ofen verlocken aber war jetzt schon mal ziemlich gut muss ich sagen leute wir haben uns gerade dazu entschlossen heute nichts mehr zu machen ich meine es ist jetzt nicht so dass wir heute schon großartig was gemacht haben außer gulasch gekocht gegessen und furzend auf dem sofa gesessen aber ja wir haben für nächstes jahr also für 2019 haben wir gerade das ferienhaus gebucht sehr geil ja das wird bestimmt lustig und ja wie gesagt das haben wir gemacht ansonsten nicht wirklich viel und wir haben heute auch keinen bock wir haben so überlegt es gibt hier in der nähe so ein waldfest und heute vormittag wäre noch irgendwo so ein ritterfest gewesen und wir schon so ja da sind wir zu spät dran jetzt mit spät jetzt lohnt sich das nicht mehr so und fürs waldfest da haben wir vorhin die ganze zeit gesagt ach das wetter ist so schlecht das wetter ist jetzt eigentlich voll in ordnung aber wir haben trotzdem keinen bock und deshalb bleiben wir jetzt schön mit dem popo auf der couch sitzen werden uns genüsslichen film reinziehen und den abend wahrscheinlich so beschließen aber falls irgendwas dramatisches ändern sollte an dem plan sagen wir euch bescheid ich weiß jetzt gar nicht was ich sagen soll guten morgen oder eigentlich wollte ich jetzt den vlog noch beenden weil gestern haben wir das nicht mehr geschafft also ich war tierisch müde irgendwann man ging es nur noch ins bett von daran beende ich den vlog jetzt einfach bevor ich guten morgen sage bis morgen 18 uhr